Das Großherzogtum Oldenburg war ein durch den Wiener Kongress 1815 wieder errichtetes Territorium, das zunächst dem Deutschen Bund angehörte, dann 1867 dem Norddeutschen Bund und 1871 dem Deutschen Reich beitrat Geschichte. Restitution des Herzogtums Nach dem Sturz Napoleons kehrte Peter Friedrich Ludwig 1814 aus dem Exil in sein Land zurück. Auf dem Wiener Kongress 1815 folgte die Erhebung zum Großherzogtum, Peter Friedrich Ludwig nahm den Titel aber Zeit seines Lebens nicht an. Zusätzlich erhielt Oldenburg als weitere Exklave das Fürstentum Birkenfeld an der Nahe, sodass das Staatsgebiet nunmehr drei Teile umfasste. 1818 erhielt Oldenburg die Herrschaft jewe vom russischen Zaren Alexander I. zurück. Nach dem Tode Peter Friedrich Ludwigs 1829 übernahm sein Sohn Paul Friedrich August die Regierung und nahm gleichzeitig auch den Titel Großherzog an. Scheitern der konstitutionellen Monarchie im Zuge der Deutschen Revolution tat am 28. Februar 1849 die K-Sekunden-Staatsgrundgesetz. Die erste Oldenburgische Verfassung in Kraft, es wurde bereits 1852 wieder revidiert. Nach dem Beitritt zum deutsch-österreichischen Postverein wurden am 5. Januar 1852 die ersten Briefmarken des Großherzogtums Oldenburg ausgegeben. Diese hatten allerdings im Fürstentum Birkenfeld keine Gültigkeit, denn dieses wurde postalisch von Preußen verwaltet. 1853 wurde Nikolaus Friedrich Peter Großherzog von Oldenburg. Unter seiner Regierung wurde 1854 die Herrschaft Knipphausen zurückerworben. Deutsche Einigungsbewegung 1854 trat Oldenburg dem Deutschen Zollverein und 1867 dem Norddeutschen Bund bei. Zu Beginn des Jahres 1864 wurde in Oldenburg mit dem Verein zur Pflege verwundeter Krieger die Zweite Nationale Rotkreuzgesellschaft der Geschichte gegründet. Die Schirmherrschaft über den Verein übernahm Nikolaus Friedrich Peter. Im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 war Oldenburg neutral, die Neutralität wurde jedoch von den preußischen Truppen verletzt. Am 1. Januar 1868 gab das Großherzogtum Oldenburg sein eigenes Postregal auf. Im Deutschen Krieg 1866 kämpften oldenburgische Truppen auf Seiten Preußens gegen Österreich. Ebenfalls nahmen das Oldenburgische Infanterie-Regiment Nummer 91 und das Oldenburgische Dragoner-Regiment Nummer 7 Uhr abends Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 Teil. Nach 47 Jahren Regierungszeit starb Nikolaus Friedrich Peter im Jahr 1900 das Ende der Fürstenherrschaft. Ihm folgte sein Sohn Friedrich August, der jedoch im Zuge der November-Revolution am 11. November 1918 dem öffentlichen Druck nachgeben musste und auf den Ton verzichtete. Verwaltung Im Landesteil Oldenburg bestand 1824 die folgende Verwaltungsgliederung. Kreis Oldenburg mit der Stadt Oldenburg und den Ämtern Oldenburg, Elsfleet und Zwischenahn. Kreis Neuenburg mit den Ämtern Bockhorn, Rostede, Warel und Westerstede. Kreis Ovelgönne mit den Ämtern Abbehausen, Bracke, Burhef, Landwürden und Rodekirchen. Kreis Delmenhorst mit den Ämtern Bern, Delmenhorst, Gandekesee und Wildeshausen. Kreis Wächter mit den Ämtern Dammel, Steinfeld und Wächter sowie der Herrlichkeit den Klage. Kreis Kloppenburg mit den Ämtern Kloppenburg, Friseute und Löhningen. Herrschaft Jewer mit der Stadt Jewer und den Ämtern Jewer, Minsen und Tettens. Herrschaft Knipphausen ab 1854 Amt Knipphausen. 1853 wurde das Jadegebiet aus dem Amt Jewer herausgelöst und an Preußen abgetreten. Im Jadegebiet entstand in der Folgezeit die Stadt Wilhelmshaven. Im Jahre 1858 wurde im Großherzogtum eine umfangreiche Verwaltungsreform durchgeführt. Warel wurde amtsfreie Stadt, die Klasse. Das Amt Zwischennaden ging im Amt Westerstede auf das Amt Gandekesee im Amt Delmenhorst. Das Amt Bockhorn im Amt Warel und das Amt Rastede im Amt Oldenburg, die Ämter Minsen, Tettens und Knipphausen kamen zum Amt Jewer. Die Ämter Burhef und Abbehausen wurden zum Amt Stollhamt zusammengeschlossen. Das Amt Hovell-Gönne trat an die Stelle des Amtes Rodekirchen. Die Einteilung in Kreise und Herrschaften wurde nicht fortgeführt. 1868 wurde das Amt Rastede auf die Ämter Warel und Oldenburg aufgeteilt. 1871 wurde das Amt Steinfeld in das Amt Dahme eingegliedert. Bei einer erneuten Gebietsreform wurde 1879 die Anzahl der Ämter weiter reduziert. Das Amt Löningen wurde in das Amt Kloppenburg eingegliedert sowie das Amt Dahme ins Amt Wächter. Aus dem Amt Stollhamm wurde das Amt Butjadingen und das Amt Bernkamp zum Amt Elsfleth. Die Ämter Landwürden und Ovelgönne zum Amt Bracke. Im Jahre 1902 wurde aus drei Gemeinden des Amtes Jewer das neue Amt Rüstringen gebildet. Die Stadt Delmenhorst schied 1903 aus dem Amt Delmenhorst aus und wurde amtsfreie Stadt I. Klasse. Der Landesteil Oldenburg des Großherzogtums besaß somit zuletzt die folgende Gebietseinteilung Städte I. Klasse Delmenhorst. Jewer, Oldenburg, Warel, Ämter Bracker, Butjadingen, Kloppenburg, Delmenhorst, Elsfleth, Friseute, Jewer, Oldenburg, Rüstringen, Warel, Wächter, Westerstede, Wildeshausen. Im Fürstentum Birkenfeld bestanden die drei Ämter Birkenfeld, Norfelden, Oberstein. 1868 wurden die Ämter im Fürstentum Birkenfeld aufgehoben. Im Fürstentum Lübeck bestanden die Stadt Eutin sowie die Ämter Eutin, Großvogtei, Kaltenhof, Kollegiatstift. Punkt. Seit 1843 gab es nur noch die Ämter Eutin und Schwartau. 1866 kam das bis dahin holsteinische Amt Ahrensburg zum Fürstentum Lübeck. Die Ämter im Fürstentum Lübeck wurden 1868 aufgehoben. Für die Gerichtsorganisation siehe Gerichte im Großherzogtum Oldenburg. Wappen. Das Wappen ist ein quergeteilter Schild oben gespalten, unten durch eine aufsteigende Spitze gespalten. Im ersten Feld sind zwei rote Querbalken in Gold. Im zweiten in blau ein schwebendes goldenes Kreuz. Im dritten im blauen Feld ein schwebendes mit der Bischofsmütze bedecktes goldenes Kreuz. Im vierten ein rot und weiß geschachtes Feld. In der Spitze im blauen Feld ein goldener gekrönter Löwe. Die Landesfarben sind blau-rot, die Flagge ist blau mit einem roten Kreuz. Punkt. 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 Regierende Herzöge und Großherzöge. Staatsminister des Großherzogtums Oldenburg. Die Leitung der Regierung erfolgt durch das Staatsministerium. Die drei Minister wurden durch den Großherzog ernannt und entlassen. Regierungschef ist der Präsident des Gesamtministeriums. Das Staatsministerium leitet die Verwaltung im Herzogtum Oldenburg unmittelbar und in den beiden Fürstentümern über lokale Verwaltungen. Währung. Die Währung in Oldenburg nach 1815 und bis 1857 war der Reichsthaler A 72 Groten A 5 Schwaren 1857 bis 1873 der Thaler A 30 Groschen A 12 Pfennige. 1873 bekam das Deutsche Reich und damit auch Oldenburg die Mark als Einheitswährung. Ein bisheriger Thaler war drei Mark wert. 155 705 268 259 25z0 289